Guten Tag und Willkommen zu einem neuen Part von Cossacks Back to War. In der letzten Folge haben wir hier eine neue Kartee angefangen. Ja, und die werden wir jetzt weitermachen. Was für ein Zufall, ne? So? Ihr könnt ja mal da einigen. Kriegen wir das hin, ey. Die wollen bestimmt gleich hier rüber. Ich werde mal nur mit dem Haus hier spielen. Gucken, wie das so klappt. Das machen die ja auch. Ist ja auch Diplomatenzentrum und Diplomatenzentrum. Kommen die da hin? Ich glaub nicht. Äh. Ich glaube nicht. Haha, 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 einer, verbot, ja, könnte er kaputt machen. Hä, die waren eben noch grüne. So, ich glaub, da sollten wir aber ein bisschen aufstocken. Aber, äh, erstmal Häuser bauen, kann man ja hier auch noch machen. Ich werde keine Kriegsschiffe bauen und hab den Timer vergessen. Aber wir sind ja bei 5 Minuten ungefähr. Oh. Oh. Das ist ja bei 5 Minuten. Es ist ein Schuss, es ist ein Schuss. Ich glaube, das bringt nichts. Es bringt jetzt einfach nicht. So, bauen wir das nochmal schnell aus. Es geht ja rucki zucki. So, hier sind sie. Ich bin heute ein bisschen ruhiger. Geil. Also, es tut mir jetzt schon mal leid, aber muss ja auch mal sein, ne? Äh, erstmal fertig bauen hier, ja. Guck mal, hier sind auch wieder Grüne. Wo ist denn hier kaputt? Oh, du. 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 Das ist ja komischer Fosel. Das Fosel. Machen wir den mal Konkurrenz hier. Nicht wahr? Das ist los. Ich habe noch Gold. So, er hat einfach nur mal drauf geschossen. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Aber wieso kann ich? Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. 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 Äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Begründung ist dabei. Ja, wir sehen uns dann, äh, morgen im Port. Wieder. Und... Man muss alle Gebäude... Ähm. Und ich sag dann noch Tschüss. Bis morgen. Tschüss.